Vielleicht bist du noch auf der Suche nach einem wundervollen Sommerprojekt und da habe ich was aus der wundervollen Blend Bambu. Es ist ein asymmetrisches Dreieckstuch und den Pfiff dabei, den zeige ich dir in diesem Video. Die Blend Bambu von Jette Garn ist ein ganz, ganz tolles Sommergarn. Die hat 70% Baumwolle, Entschuldigung, 70% Bambus und 30% Baumwolle, genau andersrum, also ganz, ganz viel Bambus. 50 Gramm, 150 Meter und es ist so für Nadelstärke 3 bis 3,5 und ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, die ist so ganz leicht am Schimmern, Glänzen. Die hat so eine glatte Oberfläche, das heißt, wenn du damit was handarbeitest, dann gleitet das Garn einfach nur so über deine Nadeln. Und aus dieser wundervollen Wolle haben Kunden von mir schon super viel gemacht, sei es jetzt Tücher, aber auch Oberteile, Pullunder, Tops, alles mögliche. Und wir haben aus dieser wundervollen Blend Bambu ein asymmetrisches Dreieckstuch, was ich dir unbedingt in diesem Video zeigen möchte. Aus der Blend Bambu haben wir ein vierfarbiges asymmetrisches Dreieckstuch und wir haben ja einige Dreieckstücher, die auch asymmetrisch sind im Lädchen. Aber der Clou ist, man lässt sich von jeder Farbe, ich zeige dir die einfach mal, also die vier Farben wurden verwendet und man lässt von jeder Farbe ein bisschen über, um dann am Ende nochmal Maschen aufzunehmen und dann hier einen farbigen Rand zu machen. Ich finde das richtig cool. Die Idee ist einfach richtig toll. Das muss man natürlich nicht machen, kann man natürlich. Und ich sage dir jetzt einfach mal, was da für Farben drin sind. Also es ist dieses hellblau drin. Das ist Farbe 7017. Dann ist das dunkle mittelblau, dunklere mittelblau da drin. Das ist 621. Dann ist da ein super schönes rosa drin, so ein Rosé. Okay, das ist Farbe 3803. Und dann ist da noch so ein lila Ton drin. Das ist Farbe 3304. Also die Farben haben wir zusammengestellt. Und bei der Blend Bambu ist es so, da gibt es wirklich alle Farben des Regenbogens. Schau da super gerne mal hier unter dem Video, da verlinke ich dir dieses Strickset. Da kannst du aus so vielen Farben wählen. Und du kannst natürlich auch nur zwei Farben nehmen, also dass du quasi das immer so abwechselnd machst. Zum Beispiel immer zwei Farben. Du kannst aber auch alles in einer Farbe machen. Das ist ja auch überhaupt kein Thema. Oder du suchst dir einfach deine Lieblingsfarben aus und kombinierst das so, wie du das gerne hättest. Und ich freue mich auf jeden Fall total auf deine Bestellung. Und ich bin immer sehr gespannt, was sich da so für Farbkombinationen zusammengestellt werden.